Puh, langweilig, oder? Ja, langweilig. Hallo! Waluigi, was machst du hier? Ich wache dich auf! Du wachst mich auf? Ja! Du wachst mich nicht auf! Was sollen wir machen? Ach, dieser Typ Mario. Hat so einen Trommel? Den nehme ich. Aber leider haben wir etwas. Nicht wahr, Trommel? Hä? Trommel? Wo ist der Trommel? Oh, Mario! Hä? Hey! Eine Trommel! Ich weiß, wie man das angeht. Mach es nicht an! Oh, doch! Psch! Oh! Hilfe! Wow! Oh! Ha! Ha! Das gehört jetzt mir! Mir! Und mir! Oh! Oh! Ha! 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 works! Ha! Haa! Ha! Ha! Bowser! Bowser! Mario hat gesagt! Der wollte mit dir Krieg machen. Das habe ich ganz genau durch mein Ohr gehört! Aha! Da haben wir es. Aber ich brauche keine Sorgen zu machen. Wegen diesen Trommeln. Hilf mir gegen Mario. Hey, Mario. Koopa hat mir gesagt, dass du mit mir Krieg machen möchtest. Also machst du auch. Ups. Jetzt bist du besiegt. Haha. Bei dir mache ich auch, Yoshi. Oh, oh. Au. Autsch. Au. Hilfe, Hilfe. Haha. Also, das Krieg ist vorbei. Oh, Bowser hat uns so wehgetan. Oh, ich, Mann. Au, mein Rücken tut so weh. Och, Mario, was machen wir jetzt? Wir müssen Bowser zurückkämpfen. Und wir müssen diesen Trommel holen. Aber wie? Das ist nur so. Also, ihr müsst nicht darauf mückern. Und zwar über die Pistole zu nehmen. Die Trommel. Die ist richtig besser. Und jetzt wurde der gemopst wegen Bowser. Sie sind sehr stark, Herr Bowser. Ja, wer will mit mir Krieg kämpfen? Du? Äh, ich geh. Lass mich besser aus. Oh, keiner will mit mir Krieg kämpfen, weil ich so stark bin gegen Marios Babylach. Jetzt kann ich chillen. Es ist Nacht. Okay, Luigi. Du und ich geh zum Bowser und schleiche nach dieser Trommel. Aber Mario, die Trommel ist so weit und die ist nach ganz nahe an Bowser. Ist egal. Wir machen keine Schritte. Oh, na gut. Komm. Langsam. Langsam. Ah. Langsam. Mario, ich möchte gerne wieder zurück nach Hause. Sch, sch, halt den Mund. Ich muss diesen Trommel holen. Okay, okay. Ah. Boah, ist das weg? Oh, Scheiße. Das habe ich euch gehört. Oh, oh. Au. Au. Kommt nie wieder. Dann versuche ich alleine. Au. 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 Pff. Au. Au. Schuss. Pff. Pff. Oh mein Gott. Mir ist so. Au. 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 Ja, ich will gehen noch zum Ding. Ding. Ding Dong. Wer ist da? Ähm, ich bin's. Roter Yoshi und grüner Yoshi. Wir wollen euch nur besuchen. Wir haben ein Kaffeestück gebracht. Na gut. Wie ihr möchtet. Kommt rein. Hä? Die durften rein wegen Kaffeestück? Hm. Ah. Da bringt mir eine Idee. Ding Dong. Wer ist da? Kaffeestück. Mario. Nö. Au. 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 Pff. Pff. Hm. Für den Kaffee. Roter Yoshi, hast du schon den Trommelpistol genommen? Nee. Was? Warum nicht? Ähm. Oh. Was wollte ich machen? Egal. Nächste Woche. Nein. Ich möchte heute haben für Konzern. Bitte. Äh. Hier. Du wirst das heute kriegen. Yay. Aber versprochen. Ähm. Ja. Oh cool. Eine Brille. Ding Ding. Oh oh. Boom. Äh. 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 Da ist das noch. Oh. Mein Gott. Schnapp sie ihn. Ah. Gleich wird das Power. Wuuu. Pff. Äh. Äh. Pff. Äh. Äh. Aups. Äh. Pff. Pff. Ha ha. Au. Äh. Äh. Pff. Äh. Ja! Pow! Cheering! So, was? Eine Spung! Ha! Ha! Oh! Oh! Und? Hm! Oh! Ha! Pow! Ha! Autsch! Ha! Autsch! 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 Nein! Das geht noch nicht! Ich geh! Ich geh! Ich kündige! Ha! Na gut, Bowser! Meine Freundin sind jetzt schon gestorben! Lass uns Kampf machen! Ha! Alles klar! Hu! 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 Ha! 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 Game over Mario! Nicht lande! He! He! Was? Hä? Du wirst jetzt besiegt! Tink! Nicht noch mehr! Oh! Da! He! Ha! Ha! Wow! 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 War flogst du Mario! Oh! Oh! Das hast du auch verdient! Oh! 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 Zeitung Kampfen! Uh oh! 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 Wooow! Oah! Ehh! Yes! Pausa's tut! Mario! Here Handy! Hurra! Du hast die Puzace genommen! Juhu! Tftttt! Das war's.